Mythos Stromrichtung. Immer und immer wieder kommt von Einsteigern die Frage, was nun richtig ist. Die physikalische Stromrichtung von Minus nach Plus oder die technische Stromrichtung von Plus nach Minus? Die Antwort ist, wir arbeiten bei Gleichstrom in der Elektrotechnik immer von Plus nach Minus. Das ist so wie im Straßenverkehr rechts vor links. Jetzt sagen sicherlich einige von euch, aber die Elektronen fließen doch physikalisch von Minus nach Plus. Ja, das stimmt bei metallischen Leitern wie Drähten, Kabeln oder Leiterbahnen. Aber es gibt zum Beispiel auch elektrischen Strom durch Ionen und der kann auch von Plus nach Minus sein. Daher als Fazit für eine Einstiegserklärung ist es okay mal in der physikalischen Elektronenflussrichtung zu denken. Aber dann gewöhnt euch möglichst schnell an die historisch gewachsene Richtung von Plus nach Minus. Dann tut ihr euch leichter in der Praxis.